Die Netzwerker AG ist ein bundesweit ergehendes IT-Systemhaus. Es entwickelt und implementiert modernste IT-Infrastruktur, wie die Bereitstellung von Servern in Rechenzentren und Softwarelösungen. Zu seinen Kunden zählen kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Systemadministration ausgelagert haben. Das Systemhaus verfügt über 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Kundenanforderungen werden individuell aufgenommen und passgenaue Lösungen entwickelt. Im gesamten Prozess begleitet ein persönlicher Ansprechpartner die Kunden Schritt für Schritt. Als Mitglied mehrerer Branchenverbände profitiert das Unternehmen von der Zusammenarbeit mit spezialisierten Kooperationspartnern. Dadurch kann den Kunden auch überregional ein flächendeckendes Service- und Dienstleistungsangebot bereitgestellt werden. Mein Name ist Tim Lange, ich bin Vorstand der Netzwerker AG. Mit der Finanzierung möchten wir unsere Geschäftsfälle ausbauen. Der Fokus liegt dabei auf Private Cloud und Rechenzentrumsbetrieb. Der Fokus liegt uns in der gemeinsamen нормально ab. Der Fokus liegt bei der algorithms ent